so da sind wir wieder nach einer aufnahmepause wir waren hier drin genau und die stehen hier vor dem tor und die wollen wir auch weg machen das heißt pikaniere werden glaube ich nicht mal schlecht hier voll viel nahrung und kann ich das eigentlich nicht bauen ich habe keine chemie kann es sein kann sein dass mir chemie fehlt nein 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 jetzt ist eigentlich hier schon lange laufen kann nicht groß zu sein wir können chemie nicht mal das ist ja dreckig dass sie uns nicht chemie machen lassen die ganzen handelschiffe ich steu pronto ich steu pronto Da kommen immer mehr, um einfach sinnlos in den Tod zu rennen. Ich meine, ich will sie nicht davon abhalten. Können sie gerne machen, wenn sie das so haben wollen. Warum kann ich das nicht machen? Man braucht auch nicht die Empredalzeit dafür. Wird uns so viel in dieser Kampagne weggenommen? So dreckig, wenn uns so viel weggenommen wird. Und wir dann gegen Bots spielen, die die ganze Zeit einen Haufen Ressourcen hineingedrückt bekommen. Wir sagen, wir verbarrikadieren uns erstmal hier. So gut wie möglich. Was passiert hier? Krieg. Ein Haufen Krieg. Construieren. Entendiert. Ist doch pronto. Ist doch pronto. Construieren. Kann ich das hier nicht zumachen? Entendiert. Construieren. Auf Servispur. Wo gehst du lang? Wo gehst du lang? Wir haben gerade eine relativ große Truppe und ich weiß nicht, wo die lang ist. Construieren. Wo ist so? Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Entendiert. So, jetzt haben wir hier zugemacht. Gut, 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 gut. Ich bin so. 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 Firing away. Und hinterher. So. Doch. Doch noch mehr. So. Ich bin so. So. Also. So. So. Wenn ich das hier zumachen kann, das wäre ein absoluter Win für uns. Ich kann jetzt hier anfangen Häuser zu bauen. Los, macht sie alle weg. Langsam ernährt sich das Modeltier. Dann langsam marschieren wir auch nach vorne. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo ein Gegner ist. Das ist eine Stadt, ein Rekordierungsgebäude oder so ist. Ja, da habe ich gerade was gesehen. Äh, wo ist... da? Das hier wird jetzt zugemacht. Isto pronto wird es zugemacht. Genau. Lu? Jetzt noch um... Pernbusch. Ah, okay. Gut. Construir. Construir. Zack, zack. Hier wird zugemacht. Das ist gut. Und Truppen nachholen. Ich kann sogar einen Haufen Truppen mal machen. Nicht so viele von den Abendbrustschützen. Wir brauchen noch Gold. Gold ist immer noch sehr wichtig für uns. Aber wir haben gleich, äh, Stein wieder. Nein. Ah. Wir können die da draußen nicht beschützen. Entendido. Können wir hier rum? Manchmal habe ich das Gefühl, sie baggen sich durch. Vielleicht mir das nur vor? Können wir sein? Ich kann die ganzen... Ich kann nun voll viele Sachen nicht entwickeln. Was ist denn das? Warum werde ich so eingeschränkt? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hier noch ein paar mehr Gebäude am Meer. Ein paar mehr Gebäude am Meer. Ui. Es reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Zack. Kann ich eigentlich... Ich könnte ein Dorfzentrum bauen. Ja. Ich muss nicht die ganze Zeit hier so, äh, rüber. Äh, shippen. Ah, nächste Zeit, Alter. Hier, I come. So. Ich gucke mir meine ganzen Truppen... ...ab. Ich mach das Tor hier auf und wir mischieren da durch. Ich kann mir nicht leisten, sie abzugraden. Hihihi. Ah, alles nachher. Alles wird hier ein Sinn gemacht. Das ist, äh, viel... Heißt es Makro? Ne. Das ist ein Mikro-Management. Um mal solche kleinen Sachen machen zu müssen, oder? Ich verheiß es nicht. Hihihi. Kannst du gehen? Ist das bereit? Aber es, äh... Weil ich nicht so viel Platz für die Häuser habe, kann ich sie nicht einfach alle nebeneinander setzen. So sehen sie wirklich aus, wie so kleine Häuser. Also wie kleine Siedlungen. Wie Häuser sind sie normal auch aus. Also solche kleinen, richtigen... ...Siedlungen. So, ihr greift das immer noch nicht an. Gut. Danke. Dann kommt die nächste Verstärkung angerannt. Ich darf keine Upgrades mehr machen. Interessant. Brauche ich mir noch einen davon. Dann reicht das, glaube ich, auch mit meinen ganzen Handelsschiffen. Gehen wir mal ein paar von euch. Das sind neue Kriegs-, äh, Ingenieure. Atacca! Firing away. Hm... Mir fehlt Gold. Ja, ich fehlt mir kein Gold mehr. Komm, eine... Noch ein Schiff. Danke. Bus B. Der gute Bus B. Was ist das? Ah, die gibt... Ja, das generiert Ressourcen, genau. Kann man da nicht von nicht nur so relativ wenige bauen? Ich weiß es nicht mehr. War dieses eine Spezialgebäude der Portugiesen. Okay, dann muss ich hier noch zuziehen. Dann habe ich hier einen Haufen Platz in der Wüste, um Häuser zu bauen. Oh, ja. Oh, ja. Gut, 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 gut. Und Struir. Ah, das ist perfekt. Wollen wir hier durch? Kann man hier durch, habe ich gefragt. Nee. Oh, ein perfektes Tor. Also sowas aber auch. Ich meine, natürlich. Ist da ein perfektes Tor. Das war schon mit meinem ganzen Stein hier. Verstanden. Ich darf nicht abgegradete Schiffe machen. Was ist denn das? Wie soll ich diese, wie soll diese Festung überhaupt fallen? Wenn der Gegner keine Kanonenschiffe schickt. Wollen wir hier? Wollen wir hier? Konstruieren. Ich bin bereit. Ach so, ja, genau. Du brauchst 20 Bevölkerung. Das war der große Nachteil an dir. Ich erinnere mich. Und so viele. Ich glaube, sie wurden sogar mal genervt, dass sie kaum noch Ressourcen herstellen. Aber trotzdem 20 Bevölkerung brauchen. Naja. Bisher geht es uns ja nicht schlecht. Nicht hier auf der Insel. Kann sein, dass ich einfach zu arm bin. Hierfür. Mal ein bisschen. Nee. Eines trotzdem nicht bauen. Okay. Ich kann ja mal eins bauen. Selbst wenn du 20 Bevölkerung brauchst. Machen das hier weg. Ich glaube, es gibt nämlich auch Stein. Wenn ich mich erinnere. Gibt es von allen so ein teeny tiny bit. Wenn ich kostenlos meine Lieblingsressourcen Stein bekomme, dann wäre ich ja schon happy. Ich kann Chemie machen. Ich hatte nur kein Geld vorhin. Und dann. Oh. Oh, hier ist noch Stein. Das sehe ich ja jetzt erst. Genau wie die Freunde der Birnbusch hier. Jetzt muss ich mal die Augen aufmachen. Ah. Attacke. Könnt man bei dir nicht auswählen, was du produzierst? Ja, es produziert Stein. Okay. So was? Dann machen wir so. Und direkt noch eins. Ich glaube, fürs Late Game. Wenn man in dem... Ah. So Late Game wird ein Spiel normalerweise nicht im Online-Modus. Dass es sich lohnt wahrscheinlich. Wer weiß. Entendido. Los. Weißt du was? Wir gehen die Grünen hier auf den Nerven. Und wenn das hier an nichts angeschlossen ist, kann ich die Grünen vernichten. Dann habe ich genug Spaß überall anders. Ja. Konstruieren. 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 Keine Angst. Ich komme gleich zu euch. Besprochen. und kann leichte kannonieren bauen ja kann ich jetzt ich kann kanonenschiffe aber ich sollte es nicht wir sind nicht auf seemacht gegangen dann sollte ich auch jetzt nicht aus sie macht anfangen zu gehen hier einfach noch mal eine schutzmauer weil es kaputt geht weil sie irgendwie hier durchkommen just in case weil das wollen wir beschützen haben ja gut zeug rein gesteckt ja sie zin 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 sie Firing away Schau, 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 schau Schau, schau, schau Schau Firing away Kann ich hier... Das hier. Uh, Holzprobleme. Haben wir hier irgendwo einen Wald, den ich abholzen kann? Nee. Hier ist der nächste Wald. Ihr werdet zu... Holz... Holzfällern. Zu Hölzern. Zu Abholzern werdet ihr. Sehr viel... Von allem, was ich besitze auf Holz. Äh... Basiert. Ich habe sehr viel Holz für vieles benutzt. Und ich sehe gerade, hier ist wieder leckeres Zeug für mich. Leckeres Eisen und Gold. Nein, nicht Eisen. Leckerer Stein und leckeres Gold. Oh, ich kann Kanonen bauen. Ja, okay, dann brauche ich gar keine Rahmenböcke. Geht mir für die Kanone Gold? Holz. Mir fehlt mal Holz. Was? Ja. Äh... Braucht es... Stein. Es braucht Stein. Und... Na. Okay, dann brauche ich noch eine. Eine. Eins brauche ich noch. Komm. Produziere es. Danke. Okay. Was ist hier? Die Mauer hier durchgezogen? Nein. Doch. Ja, dann brauche ich das hier nicht. Und meine Kanone. Ich habe doch schon eine hergestellt. Boah, die sind hier hinter gelandet. Was für eine Verschwendung. Was für eine riesige Verschwendung an Ressourcen. Ja, das kann ich glaube ich mal zerlegen. So, okay. Kanone ist ja nächstes angekommen. Ihr könnt euch zurückziehen. Zieht euch zurück. Los. Danke. Wir lassen die Kanone das machen. Ein, äh... Wasser beschützen. Wie? So. Und das müsste das ja outrange. So, dann reiße ich das hier ab. Und baue mir eher irgendwo eine neue. Die nicht im Weg ist. Ordentlich. So. Ja, ja. Sehr gut. Aber die können gar keine Truppen mehr herstellen. Wo ist der Held? Der Held tot? Ich glaube, der Held ist tot. Oh. Ups. Geht der hier nicht irgendwo noch? Nee. Weggemacht. Wupsi. Wupsi. Wupsi, dupsi. Wupsi, dupsi, schnupsi. Dann machen ein paar... ...wieder den... ...Dance. Oh, hier hätten sie noch Truppen produzieren können. ...wieder den Held. Wisst ihr was? Ich könnte ja hier... ...dingig... ...gustrui. 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 Dann müssen die nicht die ganze Zeit von da hinten kommen. Da habe ich immer noch so viele Holzprobleme. Ich habe nur sieben an Holz. So viel Holz gibt es auf der Karte auch gar nicht. ... Ich möchte mal wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich nix. ...wenden die verschollenen portugiesischen Exhibitionstruppes irgendwo hier hinten. Ja, da ist nix. Hatta kann. Ja, scho, 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 scho. ... ... ... ... ... ... Ach, das hier waren die Piraten. Oh. So viel haben die doch gar nicht gemacht. Die Piraten, oder? So. Wenn ich so anfange zu traden. Nein. 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 Aus. Böse Kanon. Ich werde das Schiff zu seinem Sarg und den Atlantik zu seinem Grab machen. Okay, nevermind. Okay, wir brauchen aufgegradete. Gegradete. Das. Und dann. Das. Ja. Damit wir dieses Schiff zerstören können. So. schiffe kosten ja auch mal das ist wahr hier noch belagerung können wir nicht bauen ihr habt ja auch hier kein holz was ihr zwischen des zwischendrin mal abbauen könnt und sich drei von euch ab und die sollen damit holz fallen fallerei juxt und feier vor ja genau das mal hierhin langsam im gleichschritt oder so noch ein hafen hafen sind beides militärische gebäude und nicht ein bisschen gewirrend hier kann ich irgendwo ja vielleicht kann ich diesen piraten zu dieser burg loggen und dann unterstützung von der burg bekommen während ich da feite feuerger leeren sind halt schon das beste was wir haben gegen schiffe außer natürlich die selbstsport dinger ich bin doch immer hier rein das hier kann ich zerstören du kannst doch mehr als drei mitnehmen ich hatte ich gar nicht gesehen ich kann kanonentürme bauen die ganze zeit tee gedrückt ganz wundern dass die nicht einlagern kann so aus mit euch was machst du jetzt hier ich weiß nicht was ich könnte mir sogar viel besser das hier leisten hier sind meine kanonen kann nochmal upgraden das gut da war ich davon auch ein paar damit zerstören wir dann das piratenschiff aber ich mache eine aufnahmepause und hört sich beim nächsten mal wieder bis dahin tschau tschau